So Leute, das ist unser viertes Video und heute picknicken wir ein bisschen. Da ist der Helmut schon am Vorbereiten. Ich weiß nicht, ob man das schon sieht. Da ist er. So, packen wir ein bisschen zusammen. Ja, das passiert mit dem Finger. Jetzt kannst du mal zeigen, wie dein Erste-Hilfe-Kasten aussieht. So, nächstes Video ist hier mit dem Brummer. Machen wir ein bisschen Active-Tracking mit der Phantom 4. Naja, dann machen wir mal weiter, dann habe ich hier meinen Dronensalat. Die sieht aus. Naja, das kann man wenigstens noch sehen. Womit würzt du den? Mit Jalapeño. Und wo sind die Zwiebeln und der Essig? Das schmeckt aber nicht. Hahaha. Was?